Jetzt nehme ich euch noch mit auf einen kleinen Rundgang durch Urk. Allerdings nicht so schönes Wetter, war neblig. Der kleine Ort Urk liegt direkt am Eisemeer. War früher mal eine Insel. Das war schon lange her, wo wir da gewesen sind. Das letzte Mal vor einigen Jahren mit einem Boot. Da hatten wir eine relativ unruhige Überfahrt. Wir kamen vom Kettelmeer raus, sind dann über das Eisemeer. Die Wellen kamen sehr ungünstig, so seitlich. So, dass wir mal gegensteuern mussten, dass das Boot ziemlich hochschaukelte. Und waren froh, dass wir dann endlich in den Hafen von Urk anlaufen konnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am Ortsrand von Urk kommt man auch an den Gedenktafeln vorbei. Mit Namen der Seeleute, die beim Fischfang auf dem Eisemeer oder auf der Nordsee damals geblieben sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020